Achtung, Achtung! Bitte zurücktreten! Nicht rauchen! Explosionsgefahr! Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Dr.Camp Video. Ja, ich bin in meinem Kolumbus, das seht ihr, und ich bin in Leipzig. Das ist jetzt etwas, was eigentlich in meinem Terminkanal gar nicht vorgesehen war. Aber auf nette Einladung von Peter von der Camp Republic bin ich dann doch jetzt in Leipzig, weil dort findet die Touristik- und Caravaningmesse statt. Und der Peter hat zusammen mit der Steffi von Come With Us To und der Messe Stuttgart, die ja wiederum die Messe Leipzig organisiert, eine tolle Sache auf die Beine gestellt. Es handelt sich dabei um das erste, oder die erste? Ja, die erste Vans & Friends Lounge auf einer Messe, wo wir mit verschiedenen Bloggern und YouTubern unterwegs sind und werden dort Fragen beantworten, Vorträge halten, ins Gespräch kommen mit Leuten und einfach eine gute Zeit haben. Das ist der Plan. Darüber hinaus macht es ja auch noch doppelt Sinn, weil wir haben auch von Westfalia aus hier entstand, sodass ich auch da ein bisschen den Händler unterstützen kann, wenn der mich braucht. Und insofern rundum sorglos parkiert hier in Leipzig. Und ich nehme euch natürlich mit auf diese Messe. Wenn es euch also interessiert, wie das Vans & Friends Camp aussieht und was auf der Messe in Leipzig so los ist, dann schaut euch gerne dieses Video weiter an. Bis später. Ja, heute ist Mittwoch. Heute ist der erste Tag der Messe. Gestern am Dienstagnach, Spätnachmittag bin ich angereist, wie die anderen Kollegen auch. Ich zeige euch mal hier das Setup. Es ist nicht so romantisch. Es ist natürlich wieder ein Messe-Parkplatz, wie man das so kennt. Und das Wetter ist auch nicht gut. Es war gestern Abend geregnet. Wir haben unter meiner Markise gestanden. Das hat uns ein bisschen geholfen beim Bier trinken. Aber wie gesagt, das Wetter, jetzt tröpfelt es auch wieder. Ich dachte, es sollte heute trocken sein. Muss ich gleich nochmal eine andere Jacke und eine Mütze aufsetzen. Es ist ja auch Ende, Mitte November. Also ich zeige euch mal hier das Setup und dann geht es gleich mal Richtung Messe. Ja, vielleicht gibt es die Tage auch nochmal besseres Wetter und bessere Bilder dann. Aber jetzt zeige ich euch das mal heute Morgen, weil wenn wir heute Abend wiederkommen, ist es ja schon wieder dunkel. Insofern ist es ja begrenztes Potenzial bei dem Wetter in der Jahreszeit. Aber ich zeige euch mal das Setup, jetzt hier wenigstens einmal die Runde. Der Markus von laufdoch.de und Camp Republic. Daneben sein bei der Geburt getrennter Zwillingen. Erst später haben sie sich wieder gefunden. Markus und Peter. Genau, da ist der Peter Dräger. Und dann haben wir hier den Dominik. Der hat sein Dachzeit noch gar nicht aufgespannt. So schlecht war das Wetter gestern. Dominik von Step by Step Traveller. Dann gehen wir in die Ecke. Dort ist Road and Board. Ja, der liebe Christian und die Maren sind auch mit am Start. Links dann der Doktor Camp Columbus und ein bisschen versteckt. Der Star des heutigen Tages. Nein. Die liebe Steffi ist da von Come With Us 2 mit dem Karl. Allerdings ohne Louis. Der arme Kerl muss in seinem Hauptjob arbeiten. Das passiert den besten von uns. Hier also, wie gesagt, das kleine Vanlife Camp auf der Messe Leipzig. Es tröpfelt. Ich gehe mal ins Warme und nehme euch dann gleich mit in die Hallen. Kurz vor neun. Die Truppe ist so halbwegs stark. Ihr könnt ja mal, ich sag jetzt gar nichts, ihr könnt ja drunterschreiben, wenn ihr jemanden erkennt. Ah, Hund. Achim. Das ist übrigens World Most Famous Vanlife Dog hier. Persönlichkeitsrechte. Achim hat die DSGVO nicht unterschrieben, deshalb geht er jetzt gerade mal richtig steil. Aber das ist ja bei Steffi auch kein Wunder. Also ich meine, ihr wisst, was ich meine. Bis später. Ja, ihr habt schon gesehen, Louis ist nicht am Start. Steffi ist alleine, aber sie hat sich Toast mitgenommen. Ein Wägelchen voller Glück begleitet sie zum Messestand. Oh Mann, wo bin ich hier nur wieder hin geraten? Hier ist sie noch leer. Die Vance & Friends Lounge. In der Glashalle. Obergeschoss. Und jetzt gucken wir mal, wie ist das hier alles so entwickelt heute. Das ist der Dominik. Leute, ihr glaubt das nicht. Es ist noch nicht mal 10 Uhr. Wir werden überrannt. Die Vanlife Lounge ist ein Riesenerfolg. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Es ist unfassbar. Schaut euch diese Massen an, die hier uns sehen wollen. Na gut, es liegt vielleicht auch daran, dass die Hallen erst um 10 Uhr öffnen und wir am Eingang sind. Aber wir vertrauen einfach darauf, dass auch viele Leute sich für uns interessieren werden und unsere Vorträge. Aber hier ist jetzt erstmal... Oh, Achtung! Der magische Moment. Hey, wartet doch kurz. Hier ist doch die Vanlife Lounge. Hallo, äh, nein. Nicht alle weggehen. So, hier. Der Tara hat noch nicht begonnen. Die Leute chillen schon, statt zu arbeiten. Und trinken Fanta. Was ist mit euch los? Ihr habt wohl gestern zu viel Bier gehabt, was? Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wünsche euch eine tolle Zeit mit einem spannenden Vortrag und der, der jetzt noch nicht sitzt, darf sich gerne jederzeit dazu setzen. So, wir machen einen kurzen Mikrocheck. Hört man mich? Hört man mich? Was? Nein! Marin, willst du auch mal? Hört man mich auch? Ja. Sehr gut. Ihr könnt ruhig noch ein bisschen nach vorne kommen. Ich würde sagen, tatsächlich, herzlich willkommen hier in Leipzig. Vor allen Dingen für uns was ganz Spannendes. Und ich würde sagen, du bist aufgeregt, ne? Ja. Ein kleines bisschen. Ich mehr. Aber wir legen einfach mal los. Und so gegen 20 vor 11 ungefähr ist uns dann eingefallen, Mensch, hier ist ja überhaupt gar keiner. Wir könnten ja mal fahren, ob wir kurz mit dem Auto nach vorne fahren dürfen. Und dann war der Parkplatzeinweiser aus Deutschland und dann sind wir zu ihm hin und haben gesagt, hey, wir dann mit dem Auto nach vorne und das, was uns noch auf den Weg gegeben hat, wenn wir uns da festfahren und nicht mehr rauskommen, zieht er uns nicht raus, er schmeißt uns runter. Wir arbeiten tatsächlich den größten Teil im Van, sind viel im Van unterwegs, haben trotzdem noch ein Zuhause. Aber der größte Teil unserer Touren, unserer Arbeit findet im Van statt. Ich bin der Dominik. Ich bin der übrig gebliebene Teil der Step-by-Step-Triveler. Und ich wohne seit Anfang des Jahres in meinem Auto, in meinem Entrover Defender und habe bisher, also ich habe viele gute und viele schlechte Seiten erlebt. Und ja, aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass es genau das ist, was ich gerade machen möchte. Immer ein bisschen anstrengend, weil du bist. Ja, viel Schlamm, viel Wärzer. Ist auch übrigens ein Dachzelt dabei, da in der Mitte. Ja, und das ist ein Foto aus einem Offroad-Workshop. Ein weiterer Messetag mit Ausstellerparty geht zu Ende. Es ist noch gar nicht so spät, wie es aussieht, aber wir gehen jetzt mal zurück ins Camp. Es ist nach 12, das ist privat. Es ist noch nicht nach 12. Es ist nach 12. Ja, es ist 12 nach 10, Steffi. Vielen Dank für Ihr Kommen zum Gettereller der TLC am gestrigen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, wir sind jetzt mal Richtung Leipzig, Innenstadt unterwegs. Da ist nämlich heute Abend das große Reiseblogger und überhaupt Blogger Get Together der Leipzig Tourismus. Heißes GmbH, ich weiß es nicht, aber hier tolle S-Bahn-Stationen hier in Leipzig. Alles neu gebaut, natürlich damals gab es ja früher alles nicht. Sehr schön, wir gucken mal, was jetzt passiert. Ja, zweiter Abend ist es übrigens und wir haben jetzt mal das Messegelände zum ersten Mal verlassen und gucken mal, was hier so in Leipzig los ist. Wir gehen in die Moritz-Bastei, falls jemandem das was sagt. Da gehen wir jetzt mal gucken. Zum Reiseblogger Get Together und da kommt jetzt noch eine große Rolltreppe, voll krass. So, hier ist die Moritz-Bastei. Jetzt müssen wir noch gucken, wo die Blogger sind. Wo ist hier der Eingang? Wir sind Reiseburger Barcamp hier runter. Wir sind kein Reiseblogger, doch wir sind auch Reiseblogger. Auch Camping ist eine Reiseform, das verwechseln ja viele Leute immer mit. So, wir sind jetzt kurz vor dem Check-in ins Gewölbe. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, aus diesem Samstagscamp. Es ist heute ein bisschen sonnig und schreit blauer Himmel, die Markise tropft von allen Seiten. Aber Sonne ist doch cool. Achim, Achim darf auch was essen. Achim, Vanlife-Hund Nummer 1. Dominik. Oh, Entschuldigung, Dexter. Ja, der ist nicht, haben wir ja nie gesehen. So, so sieht es aus bei uns an diesem Samstagmorgen und in einer halben Stunde geht es zur Messe. ...ganz viele Fahrzeuge auspacken will, damit ganz viele, die das erlebt haben, was ich erlebt habe, nämlich den Krebs hinter sich zu bringen oder auch mit Krebs zu nehmen. Ja, jetzt gerade Vortrag zum Projekt Heldencamper, auch das gehört hier dazu, dass wir auch diesen Aspekt mal zeigen und es ist sehr, sehr gut besucht am heutigen Samstag und wir freuen uns, wie es weitergeht. Es ist der erste Mal vor. Wir haben wieder Bauwechsel gemacht und dann habe ich, es ist Sonntag und das ist der Vortrag von jetzt und Manu zum Thema mit dem Wohnmobil nach Mallorca. Auch das geht scheinbar. Und das ist der erste Mal, dass wir die Aktion, dass wir die Aktion, dass wir die Aktion mehr haben, weil wir ja erst einmal doppisch Kilometer machen sollten und auch gefangen haben. Wir sind durch, das war's. It's a wrap. Ich glaube, es war sehr erfolgreich für das erste Mal. Wir haben auch viele Sachen gefunden, die wir nächstes Jahr noch viel geiler machen können, aber das ist dann ein Zukunftsthema. Ich zeige euch mal hier kurz, wie hier gearbeitet wird. Ich dokumentiere wie gewohnt und halte mich aus dem anderen raus, von dem ich keine Ahnung habe. Und vielleicht gibt es dort später noch ein paar Eindrücke vom Camp oder morgen von der Weiterreise meiner Willigkeit. Bis später, ihr Lieben. So, ihr Lieben, wie es sich für Camper gehört und Blogger gehört, weil Geld haben wir alle nicht. Wir lassen die Messe aufklicken bei Pizzaessen. Wir haben Pizza bestellt. Pizza-Fahrer hat uns auch gefunden. Und jetzt geht's hier gemütlich in den letzten Abend. Es ist neblig, es ist kalt. Die Pizza ist warm, der Salat ist auch kalt. Das Bier ist auch kalt, aber es passt alles. So, das waren die Eindrücke vom Sonntagabend nach der TC 90.